In diesem Video erklären wir euch, was man unter der Normalparabel versteht. Viel Spaß! Wir erinnern uns nochmal kurz zurück, was lineare Funktionen waren. Eine lineare Funktion hat die Funktionsgleichung f von x gleich m mal x plus b. m und b konnten dann irgendwelche Zahlen sein. Der einfachste aller Fälle ist, dass das m eine 1 ist und das b eine 0. Dann hat die lineare Funktion nämlich eine Steigung von 1 und geht durch den Ursprung. Und was man hier sehr gut sieht, eine lineare Funktion ist gezeichnet immer eine gerade Linie. Jetzt gibt es aber auch quadratische Funktionen. Die haben immer eine Funktionsgleichung der Form ax² plus bx plus c. Das sieht erstmal kompliziert aus, ist es aber gar nicht. Wir erklären euch das nochmal ganz genau in unseren Videos zu quadratischen Funktionen. Der Name quadratische Funktion kommt übrigens daher, dass das x mit dem größten Exponenten ein x² ist. Für a, b und c kann man dann wieder irgendwelche Werte nehmen, wie zum Beispiel 2, minus 4 und 5. So kompliziert wollen wir es aber gar nicht machen. Wir gucken uns in diesem Video nur den Fall an, dass a 1 ist, b 0 und c auch 0. Da bleibt dann einfach nur x² stehen. Und wenn man die Funktion zeichnet, dann sieht das so aus. Genau das ist die sogenannte Normalparabel, die durch den Ursprung geht und so eine u-Form hat. Diese Parabelform, also diese u-Form, die haben übrigens alle quadratischen Funktionen, genauso wie alle linearen Funktionen eine gerade Linie sind. Schauen wir uns mal an, wie man denn auf so eine Form kommt. Dazu erstellen wir einfach eine Wertetabelle zu der Funktionsgleichung. Wir starten mit dem x-Wert minus 2 und setzen ihn in die Funktionsgleichung fürs x ein. Minus 2 zum Quadrat ist nichts anderes als minus 2 mal minus 2. Und das ergibt plus 4, weil minus mal minus plus ergibt. Minus 1,5 zum Quadrat sind 2,25. Minus 1 zum Quadrat sind 1. Minus 0,5 zum Quadrat sind 0,25. Und 0 zum Quadrat sind 0. Naja, und wenn wir jetzt die ganzen positiven x-Werte einsetzen, dann kommt genau das gleiche wie bei den negativen Werten raus, weil das Minus bei den negativen ja durch das Quadrat immer eliminiert wurde. Genau deshalb ist die Parabel auch achsensymmetrisch, weil bei den positiven und negativen Werten jeweils genau das gleiche rauskommt. Und jetzt könnt ihr mal die Wertepaare, die wir gerade berechnet haben, im Koordinatensystem suchen. Und ihr werdet sehen, dass die Parabel da genau durchgeht. Wir haben nur ein paar Wertepaare berechnet. Die Parabel zeigt uns wirklich alle Wertepaare, die zu x-Quadrat gehören. Wenn ihr sehen wollt, wie man so eine Parabel im Koordinatensystem verschiebt oder nach unten öffnet, dann schaut mal in unserem Video dazu vorbei. Merkt euch zur Normalparabel, dass sie die Funktionsgleichung f von x gleich x-Quadrat hat und dass sie so eine Parabel ist, die durch den Ursprung geht. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, dann würden wir uns echt über ein Like und ein Abo von euch freuen. Und wenn ihr auf der Suche nach wirklich guter Nachhilfe in Mathe seid, dann schaut auf jeden Fall mal auf unserer Website vorbei, da findet ihr welche. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.